Es war abgebrannt im letzten Sommer. Und das war ein Totalschaden. Und dann haben wir ja erstmal heroiert, also wer es am günstigsten machen kann. Wir hoffen ja, dass wir noch in diesem Jahr fertig werden. Das ist unser Wunsch. Meine ganz persönliche Meinung, dass wir das länger im Kopf hätten bewerten sollen in Richtung, muss das so ein schönes Dick sein. Die baurechtlichen Vorschriften haben uns ja gewisse Maßstäbe vorgegeben. Wir können keine alten Balken mehr verwenden. Deswegen sieht das aus wie geleckt. Und die armen Bauern im Moor früher, die haben nicht in solchen Häusern gewohnt. Das ist leider nicht mehr authentisch. Aber mit Durchgang in die Hauptwohnung, hier endlich noch die Balkenlage unter das Reet. Und hier kommen Alphoben rein. Hier an die Seite. Da haben die Leute geschlafen. Und hier an die Seite. Da haben wir ja noch die Leute geschlafen.